na potz blitz noch mal festung und wüstungs wüstendorf ja irgendwie die festung die die habe ich schon gespielt ja irgendwie ist jetzt so als gibt es einfach die auswahl von level dich und so gut wie nie gespielt haben vielleicht hat es mit der uhrzeitung vielleicht auch mit dem datum aber ich denke weder noch eigentlich hat es ja mit server zu tun und was ist frei was nicht und welche level und so ich weiß nicht was ihr in die kommentare geschrieben habt wenn ihr dann was in die kommentare geschrieben habt ja naja gut gut habe ich schon gedacht ich hätte den namen nicht gerne dabei ist das level kenne ich schon ein bisschen habe ich nicht allzu sehr oft gespielt im team deathmatch glaub einmal oder mehrmals er im flünderung ein paar mal aber irgendwie ist es bei mir so selten gekommen dass ich mich eher weniger also ich kann mich an die map rennen ja aber ist sehr selten kommen viel zu selten zu meinem geschmack aber gut dass jetzt diese maps wiederkommen die ich sollten gespielt habe da war doch jemand und ich habe eben die letzte nicht damit verwechselt weil da gibt es ja ein teil wo man nach unten springen kann und so in der mitte in die sniper danke ach scheiße oh ich denke erwischt habe ihr habt ihr diese maps schon oft gespielt manche spielen diese sicher draußen mal aber ich irgendwie ja bei mir ist sie nicht viel kommen das ist der untergrund da ich finde es schade wenn manche maps nicht kommen und hier liegen schon ein paar leichen und sehr alte hier kommt man beispielsweise nicht hinein wird ein gefängnis sein oder so das wetter ist auch nicht schön ich jetzt nichts gegen regen hätte ein bisschen regen wäre jetzt nicht schlicht da kann man nicht da von eine höhere position er hat mich nicht bemerkt gut ach du willst also eine hankgranate hier hast du einen ja machst du eigentlich auch irgendetwas oder muss ich dich hier lassen guter vorteil ist wenn die leute hier nicht richtig man kann ja doch hin was war denn das vorhin ich schaue mir das level ein bisschen an sieht so wie eine insel aus auf dem man einfach so eine hohe klinge gefasst hat ja oder der teil wieso kann man hier nicht bitteschön ja dann passieren anscheinend trifft er auch nicht allzu gut aber für eine sniper map ist schon ein bisschen gemacht ne vor allem ist die map nicht klein das ist der vorteil an dieser map mag nicht kleine maps so wie syrien in syrien spielen die meisten zwei gerne würde ich mal behaupten oder eben nicht ähm die wird jedenfalls oft gewählt viel zu oft so tschüss so dämlich bin ich guter schuss aber von hinten kommt da jemand ach schade ja Das war's. Eine alte Kanone, ne? Ach, die werden noch nicht verletzt. Beziehungsweise auch eine andere Wache. Mehr Munizieren. Okay. Oh nein. Oh nein. Gut. Ich habe ihn getroffen. Das war meine Absicht. Ah. Das Schöne ist immer dieses Leuchten, was die haben. Das ist ein Polergen erledigt. Die Waffe wollte ich eigentlich nicht aufnehmen, aber egal. Dann kann man platzieren. Na toll. Hier hinten habe ich ja eigentlich so gut wie keine Chance, irgendwie überhaupt irgendwo hinzukommen. Was ist das? Oh. Einfach schnell die Waffe wechseln. Ja, das war die Festung. Schön habe ich die auch mal wieder gespielt. Aber jetzt ist Schluss für heute, für mich. Also, vielen Dank und bis zum nächsten Mal.